das habe ich ja auch noch nie gesehen die kleinen unten und die großen oben zeit wirklich streaming zimmer sieht man doch das ist der seinen raum immer noch höhenverstellbar schreibtisch kabel liegen wie scheiße hängen irgendwie raus kann man alles sehen das ist ein setup original sieht man doch eins zu eins ich mich gut aus habe schon mal drunter gelegen warte ist mal so ein survival game mit aliens gezockt wo man in vogelperspektive und es hatte einen horror style weißt du zufällig noch mehr vom namen keine ahnung weiß ich nicht trockener wiegt nichts nachher dass die scheiße auf dem kopf haben wir auch wir müssen zur straße das war ein indie game meint zu ihnen was den giveaways die rausgehauen das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter um ehrlich zu sein ihnen könnte ihnen sein moment ich schau mal weiß nicht keine ahnung spiel so viele spiele also es kann vom tag auf kann es nicht sein oder meinst du gears of war hier ist doch wo haben wir kein kiefer los ok sie gut aus ja scheint ok zu sein gut schau mal hier sie gehört zu denen dann scheiß auf sie liest den brief jordan isaac lässt uns für zwei wochen beim tv sender wache schieben scars wurden dort gesichtet hier ist etwas zur erinnerung leer tv sender meinst du sie ist noch da wir müssen es rausfinden oder also es ist bei diesen hohen gebäuden da lang ok holen wir uns lia ich bin echt gespannt wo das hingeht ob das hier einfach so eine persönliche vendetta wird oder ob das wirklich noch mal von relevanz ist dass wir immun sind ey so viele fragen die hier im raum stehen so viele fragen die im raum stehen springen einfach runter lass dich überraschen na klar na klar na klar ich ohne scheiß bin gespannt wie ein filzebogen alles klar dem joden golfschläge im kopf gehabt hat du ich dachte schon dass es aus übrigens danke für die rettung na klar das sind also die wolfs schwer bewaffnet ja allerdings dachtest du es würden so viele werden tommy meinte das wäre möglich ändert das was für dich nein halt die augen nach patrouillen offen wir waren ein paar die versucht haben mich auszuräuchern wie viele bin an zwei vorbeigekommen aber da waren mehr sobald sie merken wir sind aus der schule raus und dass ihre freunde tot sind werden sie nach uns suchen äh du meinst der billion was geht du meinst der billion etwas beschäftigt mich warum haben sie tommy und ich nicht getötet als sie die gelegenheit hatten ich weiß nicht leichtsinnig vielleicht sind sie dumm vielleicht was vielleicht war die nun nicht die nach denen sie gesucht haben also haben sie euch gehen lassen sie haben uns ganz schön verprügelt der eine typ und jordan hat mir ins gesicht getreten ja aber warum haben sie es nicht zu ende ist doch egal sie haben es verkackt stimmt stimmt wohl wie hieß das mädchen vom zettel die im tv sender lea war sie die ähm war sie die mit dem zopf nee war abby ich erinnere mich nur noch wie sie um dieses sadistische arschloch heute als ich ihn aufgeschlitzt habe also was hast du mit ihr vor herausfinden was sie weiß herausfinden wo die anderen sind dann weitersehen willst du sie fragen warum wir es getan haben nee naja surviving the aftermath der mars erinnert dich irgendwas davon an das was joe über seine vergangenheit gesagt hat hm nichts neues wie groß ist die chance dass er was getan hat von dem du nichts weißt groß er war er hat mir nicht viel gesagt er wüsste sich ja mehr darüber welche leute joe verärgert hat hm hm ja saprieren kann es auch sein ja hm 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 Oh, okay. Das kann auch sein, dass Subterrain... Subterrain ist. Aber ja, das ist so lange her, dass wir Subterrain... Terrain... gespielt haben. Von 100 Jahre. Ich kann die Gebäude... immer noch sehen. Wie willst du das machen? Äh... Mal sehen. Shit. Wie ist das jetzt denn? Ein bisschen mehr. Und sie ist wirklich kein Skars? Sie warst auf einem Pferd. Nein, kein Skars. Dann werden die Skars sie wohl töten. Erledigen wir das, dann können wir endlich essen. Okay? Garantiert finden Skars oder infizierte sie vor uns. Gut. Ich sehe sie! Rück da! Na, auf! Na! 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 Oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Da war knapp. Das war knapp. büyük Fahrzeug, ich muss sehen. Und es besser fließt! Da bist du ja! Ich bin tot! Hast du mich? Oh! Gut! Shit! Das war... Stopp! Kann ich noch einen Teddybär haben oder so? Was kleines Süßes? Mhm! Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus! Finde ich nicht! Was? Richtig! Oh! Ja! Hey Pate Moinsen, ich habe gerade Pimmelfee im Augenwinkel gesehen und dachte mir so, what the fuck, wer ist denn jetzt die Pimmelfee? Toch, schmau nicht, grüß dich. Ich war gerade so ein bisschen wütig. Hallo, habe ich einen neuen Namen? Habe ich aus Versehen ohne die Fansseite aufgemacht? Ja, ich habe einen neuen Namen, grüß dich. wir sind an der gleichen stelle ok cool haben wir eigentlich eine karte von hier ja wir haben immer noch dieselben klamotten von gestern an das spiel ist wirklich brutal ich bin wieder selbst spiel die sind überall die chefs wissen was sie tun wahrscheinlich hinter dir in dem gebäude wissen wir denn wo der radiosender ist oder dieser sender oder irgendwas ja come on baby give daddy some loving moinsen mager herz nee haben wir noch nicht haben wir noch nicht every crew nicht und nicht und 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 Klappe! Steht auf dieser Superditaille. Ich habe diese Karte nicht mehr. Wir sind ja jetzt nicht mehr in Seattle irgendwas. Also ich kann die Karte nicht mehr öffnen. Wir haben keine Karte mehr. Hey Reba, moin. Ich grüße dich. Das sind halt einfach mal vier Leute. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Da lag noch ein Schuss für den Revolver, aber ich will jetzt nicht zurückgehen. Was? Hm. Das ist Tarkin. Das hat ihn umgebracht. Hier ist niemand. Verzeihung! Whoa.. Ich grüße dich. Jetzt bitte! Das ist immer schön. Also,叔... Das kann mich nicht mehr aussehen. Das war jetzt auch ein Schuss. Das war's... Nein, hier ist nicht mehr. Ich komm zu einem Schuss! Und ich kann mich nicht mehr ausziehen. Und ich kann nachdenken... Und ich kann nicht mehr ausziehen. Ich kann... An alle, bericht! Hier ist nichts zu sehen. Gibt es nicht Kontakt? Ich glaube, man kann sie auch einfach komplett durchschleichen. Oh, was ist das? Okay. Wir sind auf der anderen Seite des Kontrollpunkts. Und jetzt? Gehen wir hier hoch. Lange keine Zeit mehr gehabt. Ja, ich hab auch nicht alles durchsucht. Ich hab lieber so ein bisschen fortlaufende Story als irgendwelche Goodies. Sonst ist man so schnell raus wieder. Ja. Yes. Ja. Komm. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na sowas. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Oh scheiße. Was zum Teufel war das? Er ist in eine Falle gelaufen. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Und die mache ich jetzt wie aus? Die fallen? Oder falle ich einfach um? Wie lange machst du noch? So. Ich glaube ich mache jetzt gleich Feierabend dann. Yes. Ich glaube ich werde gleich hier speichern und dann werde ich hier morgen an der Stelle weitermachen und hoffe, dass ich morgen ein bisschen früher aufstehe. Aber da ich heute nichts machen mehr wollte heute Abend, außer was zu essen. Ah, die Drähte. Da sind sie. Kann man hier speichern? Ja. Dann würde ich einfach sagen, machen wir einfach an der Stelle morgen weiter. Und jetzt AIDS. Und jetzt kommt ihr zu sehen. Spannendespannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020